Hallöchen, die Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Turok. Jo, und weiter geht's, das Geschnetzel und Gemetzel. Ähm, ja. Wo ich noch immer recht überrascht bin, dass wir uns da gar nicht... Also ich, ich mich da gar nicht so schlecht schlagen, du doch, momentan. Ah, servus. Yeah. 15 Tech... Ich hoffe, ich hab's richtig gelesen. Tech-Pfeile. Wow. Jo. Und tschüss. Da ist auch so ein Gratler, tschüss. Was haben wir da? Magazin. Da war irgendwas Violettes, ne? Ach so, so ein violetter, ähm, Dingens. Und so. Au. Ich mag das Messer. So, rauf da. Und jetzt, da rüber zuerst. Ich denke mal... Ja, so viel zu darüber. So, rauf da. Au. Au. Wie komm ich da zu euch rauf am besten? Ähm. Ja, so. Ich erwisch das Kreuz nicht. Vielleicht komm ich irgendwie da rauf. Aber so nicht. Ah, da ist wieder ein Käfer. Kommt der da rauf? Also der Käfer kann schon mal rauf. Und der? Wow. Nicht wirklich, aber ich... Ich mach trotzdem platt. Wow. Da ist noch einer. Ach so, die spawnen einfach wieder, ne? Die sind nur als Hindernis gedacht. Ja, ja. Da und hier? Ah, da ist noch so ein Heini. Der ist auf die Nase gefallen. Ich kann da gar nichts dafür, ja? So. Bam, 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 bam. Aha. Darüber müssen wir. Irgendwie. Hm. Wer ist dann doch jetzt da doch hingehauen? Warte, wenn's da drüben weitergehen tut, möchte ich doch noch gerne zuerst hierherschauen. Oh, das ist aber tief. Ist das... Höh. Au. Okay. Das ist tief. Ist das? Ich wollte nur schauen. Äh, überleben wir das? Wusch, falle ich schon runter. Aha. Ja. Wusch, wusch. Hm. Hü, hüpf. Ah, da haben wir auch was. Schau mal. Juhi. 71 haben wir schon. Na, komm her, du Käfer. So. Boah, ich bin schon auf das Zweier und auf das Dreier gespannt, ehrlich gesagt. Jawoll. Ich wollte es eleganter machen, aber ist mir zu ganz gelungen. Ha, ha. Hui. Hui. Na, nü. Schwing. Schwing. Hü, hüpf. Hü, hüpf. Jawoll. Level 3. Jawoll. So. Und. Tada. Ist das eine Schaufel? Nein, eine Granate. Ach so, da kommen wir raus. Ach so. Ja, schön. Richtig gemacht, Soki. Wahnsinn. Braves Mädchen. So, da ist nix. Okay. Boah, das Level ist lang. Oder ist das in einem durch? Wahrscheinlich in einem durch, ne? Oh. Du Sackl. Alter. Was mache ich? Au. Was mache ich denn jetzt? Am besten so, ne? Alter. Ah, jetzt hat's ihn zerlegt. Wie schön. So, Herzlein. Jawoll. Da ist nämlich noch ein Herzlein. Sehr sauber. Sehr, sehr gut. So. Echt cool. Also ich finde, wir schlagen uns gut. Da. Hüpf. Das schaut nach einem Endgegner-Dingens aus, hm? Oh, da haben wir es etwa schon geschafft. Das Ende dieses Levels. Ja, bitte speichern einmal. Äh, ich nehm den da einfach. Okay. Und zurück. Okay, was versteckt ist hier nicht mehr. Wie mir scheint, dann gehen wir einfach da rein, oder? Heule K. Zugang zu Level 8. Fehlt uns hier was? Habe ich dann vielleicht die letzte Konfrontation? Ja. Oh. Ich meine, ja. Will ich. Hä? Hallo. Ach so. Zugang zu Level 6. Das Dorf in den Bauwipfeln. Ach so. 3, 5, 5, 7, 2, 4, 6 wieder. Dann nehmen wir doch das da, oder? Nehmen wir das 2. Zugang zu Level 2. Der Dschungel. Geht das? Ach so. Ah, jetzt komme ich mit. Ach so. Ach so. Oh, okay. Ja, ja. Ich bin ja die Schnellste, ich weiß. So, was haben wir denn da Feines? Oh ja, da haben wir schon 3 von diesen Dingen wieder. Sehr, sehr gut. So. Hat sich der Weg hierher gelohnt? Suppi, 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 suppi. Suppi, suppi. So. Wie hüpft? Ah. Ja, ja, komm nachher. Den haben wir sauber getroffen, meine Herren. Meine Damen. Usch. So, ich hüpfe. Ach ja, natürlich. Der war wieder zu weit. Hüüü, hüpf, jawohl. Was haben wir denn da? Ne Schreut. Und das war's. Ne Waffe. Eine Waffe. So, und dann? Hin? Ne, da runter, ne? Schweinchen Dino. Einfach schön im Kreis drehen, dann passiert uns nichts. Au. Schau, wie gut das geht. Oh, Schweinchen. Entschuldigung, Schweinchen. So. Wie gut das geht. Erstaunlich. Aber da vorne wäre jetzt vielleicht ein Puffen nicht schlecht. Ja, die, glaube ich, geht gut. Wo sind sie denn, die Gratler? Ja. Weil sie in zwei sind, ne? Ausnahmsweise. Dann nehmen wir wieder das Messerchen. So, was haben wir denn da schönes? Da umgeht was. Da um ist was. Ah ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche Pfeile. Und das sind sie auch schon. Munizierner. Ich könnte noch eine Schrot gebrauchen oder so. Ach so, Schrotblödsinn haben wir eh noch. Irgendwie halt dafür. Hä? Ja, wo kommst denn du jetzt her? Aha. Da haben wir einen auf Scharfschütze, oder? Aha. Gut. Gut Job. Geht gut. Aha. Das sind dieselben Patrönchen. Wie wir sie für die Pistole haben. Okay. Tödliche Wunde. Und das muss ich mir dann auch schon merken. Auch. Du Gratler. Ja, ja. Schieß du nur. Ach, super. Äh. Hihi. So. Das wollte ich mal schnell holen gehen. Aha, das ist wieder ein Portali. Portali, Tali. Da komm ich nicht rüber wahrscheinlich, ne? Das könnte zu weit sein, oder? Das schaue ich mir an. Vielleicht, eventuell, ist es ja von da aus geirrt, ne? Wow. Da oben wäre auch nicht schlecht hingekommen. Da, da oben. Vielleicht gibt es ja später noch, keine Ahnung. So, was willst denn du? Aha. Äh. 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 Da oben wäre gut hinkommen. Vielleicht tut sich da was mal. Aha. Da ist ein Portali. Da will ich noch nicht hin, ehrlich gesagt. Wow. Granati. Jawohl. Und da sind wir. Na nü. Ich brauche das Messer. Ach, jetzt komm. Das war jetzt echt, das war jetzt billig. Ich wollte gerade das Messer nehmen. Nee. Nee. Ja, ja. Natürlich bin ich da. Jawohl. Gekäse. Bist du dieser Zweier? Vier. Du bist zwei. Da wollten wir rein. So, nochmal. Nochmal von vorn. Oh, Schande. Ganz von vorn. Also. Na, die Sachen haben wir schon. Gott sei Dank. Das Messer wollte ich eigentlich und so. Entschuldigung fürs Feilen. Ja, ja. Ich wollte nur das Messerchen haben. Komm her, du Grattler. Schau. Du bist schön jetzt. Du auch. Wo bist du denn? Also sind alle weg. Aha. Okay, Munition ist auch noch gut. Lauf, 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 lauf. So. Lauf, 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 lauf. Langsam. Ich will jetzt schauen, was es da drüben gibt. Wow. Ah, Grattler. Mit Leben und Magazin. Wow, ne? Hü, hüpf. Hoh. Au. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich da bin. Jupp, so geht's. So. Ich glaube, ich bin jetzt... Yeah, extra lebt. Ich fürchte, ich bin hier leider Gottes, äh... Ja, zu weit. Na nü, ich will hier hoch. Das geht, ne? Hör auf. Echt jetzt? Hm, da vielleicht? Da geht's auch nicht drauf. Ja, aufhinein, da war rauf. Aha, so geht's. Aha. Ah, so. Ah, na super. Das ist natürlich ein ganz... Ja, genau. Ein ganz, ein, äh, genauer Sprung. Ah, ja. Na, komm. Ah, geht dann dazu? Äh, jetzt komm. Hm. Rummelmods. Hä, wo kommst denn du her? Ja, jetzt hüpfst er noch weiter nach. Alter. Tschüss. So. Hä? Wieso? Okay. Ich muss aufhören, immerfort, äh, Angst zu haben. So. So. Gesehen ist er denn da vorbei, dieser Kattler? Gesehen ja, mimi, mimi. Boah. Hallo? Ich mach's jetzt einfach. Jawoll. Jetzt. Dann halt da hinten, ist ma wurscht. Bin jetzt drüber gekupft, ernsthaft? Das Holz ist nicht zum... Ja, jetzt bin ich vorbei. Natürlich. Äh. Ich will das haben. Ja, geht ja. Na, wo kommst denn du her? Und? Oh, das war's mit dir. Du, Mistviech. So. Mhm, da ist sonst nichts Interessantes. Da drüben vielleicht noch was? Munizierchen. Jo, geht. Funktioniert. Ein bisschen Leben haben wir noch. Warte, da lang, oder? Na, von da sind wir kommen. Tatsächlich hier lang. Hui, 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 hui. Kontrollpunkt. Wie schön. Ah, sehr aus. Passt. Tschüss. Passt. Der ist abfertig. Der ist abfertig. Oh, schau mal. Das ist ein Dorf hier, ne? Hallo. Au. Oh. Hat's wehgetan. Hm. Ui, lebe. Aha. Trim ist noch so ein Krater. So, jetzt können wir mal... Er ist gestolpert, ja? Er ist einfach nur gestolpert. So. Haben wir hier irgendwas von Wert? Na, Munition haben wir genug. Da ist normal auch nichts mehr drin. Es könnte sein, dass wir unter Wasser was ist. So, nochmal schön da hinten absuchen. Nicht, dass in irgendeiner Nische etwas Wertvolles versteckt ist. Aber dem schaut nichts aus. Ja, ich würd gern... Uah, tauchen wir uns so. Uah. Fischi. Au. Pff. Ha, ha, ha. Ah, uah. Ne, der macht auch... Uah. Okay, da ist nichts. Das ist die Frage. Wasser oder Land? Wir haben mal ein Land. Oh. Wow. Nur mehr zwölf Leben. Das ist nicht gut. Dino. Dino kaputt. Kein Dino. Au. Ich bin im Wasser. Irgendwie. Ich bräuchte Leben. Ja. Okay, Schrott nehme ich auch. Munitionchen. Aber Leben wäre ganz gut. Boah. Glück gehabt. Wenigstens ein bisschen was bekommen. Gut. Ka, ob es da jetzt weiter geht oder ob da unten noch was gewesen wäre. Was haben wir denn da? Boah. Da ist einiges. Das sieht man ganz schlecht im Wasser. Da sind ganz, ganz viele Leben. Aber der Schatten am Boden, an dem kann man sich orientieren. Orientüre. Da ist eine Höhle. Aha. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt echt was übersehen, ne? Aha. Die Karte ist tatsächlich etwas unpraktisch. Ich habe keine Ahnung, ob ich da richtig bin. Oh, oh. Okay, wir haben doch Luft. Hoch, hoch. Irgendwie hoch. Wow. Okay, da okay. Wir haben doch Sauerstoff. Au. Da. Es gibt doch Sauerstoff. Mhm. Beide auf einen Streich. Das ist sehr schön. Hui. So, ein Schlüsselchen. Level 4 Schlüssel. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich schon versäumt habe. Vielleicht habe ich auch gar nichts versäumt. Noch zwei Schlüssel sind zu finden, okay. Aha. Oh, den nehme ich gerne mit. Wusch, wusch, wusch. Und dann? Ich habe eine Ahnung, wie viel ich schon versäumt habe. Ich bin jetzt. 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 Idiot, voll abge... Ich bin abgerutscht, Entschuldigung. Langsamer Zocki. Nicht so hastig. So. Ich hüpf. So. So. Ich schnaufe auf die Seite. Ja, sicher. Verließen, ne? Jetzt versage ich wieder. Ich versemmel das. Ich versemmel das. La-da-da. Versammeling. Versammeling. Da-da-da. Da-da-da. Versammeling. Hey, jetzt komm. Aber ich muss das selbst, das kann jetzt nicht sein. Hallo? Weil ich jetzt saghaft bin, weil ich versagt habe. Ja. Jetzt traue ich mir nichts mehr. Ja, achso, das geht auch nicht. Natürlich falle ich da sofort runter. Logisch. Alter, jetzt fehl ich da. Ach, komm. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. La-la. La-la. Hüpf. Ja, also hierfür zu weit. Also jetzt komm, jetzt kannst du schon aufhören, Freund. Und Turok, wenn's du hier raus willst, dann reiß dich zusammen, Freund. Hüpf. So, geht's auch. So. Langsam. Ja, und jetzt hüpfst er da drüber. Das gibt's ja nicht. Ich will nur das Herz haben. Also das Plus halt. Das Blaue. Gesundheit und so. Hachi. Tja, nix erwischt. Das Rottel. So. Jawoll. So. So. Und jetzt. Aha. Munitiona. No. Nein. Warum fällst du jetzt z Wasser? Kern. Das ist doch ungesund. Wah. So. Hüpf. Hüpf. So, jetzt sind wir wieder da. Schwinge, schwinge, schwinge. Hüpf. Hüpf. Jawoll. Geht ja. War da drüben noch was? Da oben war Munition, ne? Soll ich die noch holen? Au. Ja, sicher. Sieh, schnäpfst er mich zurück. Was denn sonst? Der Gratler. Da sind meine muskulösen Arme leider nicht weitergekommen. Nein. So. Schwing, schwing, schwing. Hüpf. Schnell vorbei. So. Wenigstens das kann ich schon mal. Muah. So. Jetzt kriege ich Hunger auch noch. Sauber. Nein. Dein Ernst jetzt. Ich wollte nur schauen, ob ich die Munition... So. Ich glaube, jetzt brauche ich da mal eine Pause. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich da mal eine Pause machen. So. Sie failet durch die Bank. Geht sie aus? Geht sie aus? Geht sie aus? Geht sie alles aus? Muah. So. Das war... Muah. Eisernst berechnet. Brauche ich die Munition? Echt? Nein. Brauche ich nicht. Lumpart. Ah. Dann gehen wir weiter. War alles umsonst. Sehr brav. So. Brauchen wir nicht mehr. Dann können wir uns wieder runterfallen lassen. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Hui. So. Dann geht es eigentlich hier oben weiter. Wusch. Au. So. Jetzt auch. So. Die ist mir lieber. Die ist rot. Was? Viech. Depperts. Da. Das letzte Mal jemanden geschnappt. Du Viech. So. Jetzt noch einer. Wuah. Ho. Oh. Au. Da geht es. Noch einer. Ah. Der große Schürer. Au. Das war nicht so schlau. Der ist wie... Der ist wie, ähm... Der schwarze Troll von Gothic, ne? So. Hin ist er. Eine... Eine Munition haben wir noch. Gab es da nicht noch mehr Bäckchen? Huh. Boah. Wo kommst du denn du jetzt her? Wo kommst du denn du jetzt her? Au. Ja. Kein Bier. Auf diese riesen Gorillas stehen sie, ne? Pfff. Pfff. 25 Lebenspunkte noch mehr. Oh oh. Oje. Pfff. Du dämlicher Pompenschmeißer, ne? Ach komm. Ach, Meno. Hoffentlich hat das gezählt. Jawohl. Au. Da hinten bin ich? Autsch, das ist natürlich nicht so klasse, ne? Hoffentlich hat das gezählt, Alter. Ich weine sonst. Ich muss weinen, wenn das nicht gezählt hat. Da ist nichts mehr drin, ne? Wow, das wäre jetzt echt bitter. Schwimmi, schwimmi, schwimmi. Okay, Pistolen, Muni haben wir alle. Da, weg mit dir. Piep, piep. Alter. So, umgeballert. Alter. So. Dann haben wir auch. Das ist echt hart. Mit Zielen und so. Ja, geht ja. So, ja, ja. Wow. Was haben wir da? Yeah. Schachtelpatrünchen. Sehr schön. Ja. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Hüüüüpf. Von hier aus. Na prima. Ja, runtergefallen. Aber trotzdem. Mua. Ach so, geht's auch? Okay. Okay. Hoi, Rekar. Die haben wir schon. Hoi, Rekar. Ins Loch kann ich rein? Nö. Da vielleicht so? Ja. Ja. Explosions-Munizierchen. Au, 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 au. Uah. Wow. Au, au, au. Du Gratler. Du Schieb. Wo bist du? Ach Gott, wo der immer hinschießt, ne? Alter, alter, alter. Okay. Ähm. Ja, ja. Ich will nicht sterben. Ich brauch Leben. Gibt's irgendwo Leben? Wahrscheinlich nicht, da. Na. Ah, ah. Ja, ja. Lach nur. Ja. Lach nur. Pfff. Ja. Aha, da wäre eine... Aha, der Part ist auch zu Ende. Und ich wollte nur sagen, eine... Was Game Over? Ich habe keine Leben mehr. Die sind alle weg. Echt? Was? Das muss ich jetzt alles nochmal machen? Das ist aber nicht so eine Ernst. Du kannst mich mal... So, geladen wird. Egal, wie träum. Schau auf Anhieb richtig geraten. Bevor wir uns da weiter durchquälen, werden wir den Part beenden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails und ich hoffe nach wie vor, dass euch das Let's Play hier gut gefällt. Ich wünsche euch obendrein, wie immer, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!